Willkommen zu IceKidsch Du sollst sterben Nein, das ist nicht gut für die Umwelt Eigentlich sollen wir ja gar nicht reden, ne? Doch, da hast du, solange wir das Wort nicht sagen Gib uns einen Tipp, gib uns einen Tipp Ich hab's Du kannst Tipps geben Gib uns einen Tipp, verdammte Scheiße Ich will da nicht ranzoomen, wieso? Ich glaube, ich nehme gar nicht auf, Leute Ich scheiße Glaub, Sidia und Hä? Sidia und der Nubai, die sind nämlich inaktiv gerade Die müssen jetzt einmal hier oben links auf das Aktiv klicken, damit sie malen dürfen überhaupt Wo ist das? Über deinem Namen, über der 10 oder so Away Das muss doch mal kurz machen, Neil W Es ist mal Fettsack Ja, ja, ich meine schon Du kann nicht besser machen Nimmst du nicht auf oder nicht? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht Wir werden jetzt sowieso nicht nur eine Runde aufnehmen, oder? Ja, nimm halt einfach auf, ich schneide dann einfach zusammen Oder ich mache ein langes Special draus Ja, ein langes Special So lange wie mein Pillen Doch, das hatte ich schon mal Ich hatte schon mal 1,10 Stunden Nice-Git-Special Warte, hier muss ein Tipp? Nö Doch, du musst deine Button drücken Tipp Wo? Da, rechts, den unteren Chat Ich muss noch einen zentrumten Du-Stein haben Ah Oh, ich bin dran Ach, Gott, was soll das sein? Ich hätte jetzt einen Nahe-Verkehr gesagt, aber gut Das ist auch Schlechtfertigung Ich habe ein Brot gefunden Trum, Strom Ja Hä? Hä? Ne, vergiss es Vergiss es Kann man das wegmachen Wie geht das? Da ist so ein weißes Blatt oben links Und Danubi ist wieder inaktiv Wie geht denn das? Komm mal drauf, Mann Wollen wir das wegmachen? Ah, sieht man bitte Da oben links ist so eine Zeile mit neues Blatt Ach, das war mal jetzt Ich habe jetzt eine Farbe geklickt Das habe ich ja ab und zuerst auch gemacht Geh Äh, äh, hm Äh, äh 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 Chris, ich kann nicht malen Hey Nubi Nubi, du bist inaktiv Ich bin nicht inaktiv, den Wichser Nicht du Geh 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 Hä, was? Äh Es ist kein Ofen Geh Gerät Gerät Aufzug Du weißt, dass die ersten zwei Buchstaben G, E sind Äh Hier, Walle Ah Nicht? Das Wort ist ja übel What the fuck, wie lange ist schon das Wort? Lange! Geh 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 Hm Ich bin mir da nicht für sich, ey, ich geh jetzt nämlich auch nochmal kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehmen, nein, ich nehme nicht auf, ich nehme jetzt auf ok 321 willkommen zu eis geld ich schnell einfach das was davor war aus der hinterlöcher mein leben freunde mit dem sie kraft und dem wahl und der nubi drückt jetzt endlich mal auf den punkt vor away damit er nicht mehr ist das ist über das über der zehn bei mir da ist so ein blauer punkt und der darf nicht blau sein das war dann war die kann man irgendwie kicken er hat warte herr welcome to the crater you can use to comment like skip kick okay möchte ja schon okay okay was ich sollte mal war ein eis hier ist so welchen der stetschen mensch dahinter derzeit mal geschrieben wenn du mal patrick das verdirbt die atmosphäre macht du uns hin ich verstehe es nicht ja weil ich auf einem guten weg dessen zugesehen feinde ja es war echt gut aber nicht schlecht ich hab aber wahlkampf geschrieben was weiß ich auch immer finde ich einfach einen wahl machen können und dann obwohl ich kein wahl mein sieg auf dem mann ein kreis gründer kreis kreis oh jetzt hab ich runter gesquot soll das ein pferd sein oder was natürlich das ist kein gesicht das ist kein gesicht das ist kein gesicht hä was mach ich hier das warte mal was ist das äh 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 färdele videoalasani ach äh äh eigentlich das was ich jetzt mach jetzt stimmt nicht naja mal im video fertig gerendet zu goi ja tipps int gar nichts eins 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 acht buchstaben immer noch ein tipp neun neun ja das ist bein hehehe 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 b mit acht wörtern äh ich hab's na das ist nicht nein hehehe 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 dammit b ach tipps tipps zwischen e und z auch ein h geschrieben weil du es da reingemacht hast fertig das ist wirklich ich verstehe es nicht du musst nicht die buchstaben also die buchstaben hat was ist Stößt Ich Ich Habe es nicht mehr hinbekommen ich habe einmal festbrocken mit e mit 2 ist also wie war ich ein disster Okay ich versuch es mal ein felsbrocken wo ein mensch da unterlag Ja ich habe gerade erschlagen gedacht das ist schon der Haken Also der Mann Äh Ich 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 Denkt sich dann Auch Nee So Und der 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 war zimmer Wer ist da dran wer ist da dran und der weint ganz ganz viel bis zu Ich 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 Lass die aufnahme einfach laufen Ich 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 einfach dass ich das kann ist klar ich mein jeder mich kennt weiß warum ich das wort instant erraten habe ich hätte ich hatte bei den worten ein bisschen so einen unfairen vorteil ist ganz leicht ungefähr ich habe ich spiele ich habe ich habe ein Video gesehen in dem ich Passe gesehen und das sagst du schon gespielt hat und Klarinette was er meint was ist das nein was ist das ich weiß wer das ist die Welt als ein Mann das hat mich nicht für beide auch so nicht er kann ich wieder mal sie ist ich will mal auf dem Stiftung 4 mit Spass! Ähm... Schmackt der... Augenkrebs! Ist er wirklich Idioten? Gott, ich stehe! Hä? Kann ich sein Scheiß so sein? Hä? Mal besser! Was? Ja! Das hat er Tür gemacht! Was soll die Erde sein? Südpol? Hä? Ist das etwa... So! Äh, geht doch! Okay, das ist aber einfach nur richtig scheiße gezeichnet! Hat er sogar getötet? Wie weißt du das eigentlich? Ja! Hä? Das stimmt nicht! Ich hab zwar Weltra... Wie? In so einer Welt möchte ich nicht leben! Hä, ich hab doch Welt geschrieben! Erde geschrieben! Scheiße! Idiot! Weltraum! In so einer Welt... In so einer Welt... In so einer Welt... In so einer Welt möchte ich nicht leben! Oh! Der ist laut, mein Mann! Der ist laut, mein Mann! Ich schreit! Ich schreit! Jetzt schreit! Krieg! Oh, ich weiß das! Oh! Pikachu! 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 Ja, da ist einfach instant Pikachu! Katsche! 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 Stronzett machen oder so! Hä? 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 Ah, ja klar! Ne, ja! Also, wenn ich es jetzt nicht schaffst, dann... Okay! Okay, was? Äh, hat der Eule falsch geschrieben? Nein! Ach ne, jetzt machst du dir! Echt? Ne, hab ich nicht! Ich hab mal richtig geschrieben! Egal! Also... Warte mal! Ja, okay! Mal irgendwas ein Strich oder so! Ja! Strich! Ja, das hier ist... Ah, das ist doof, mal! Also, ich... Fange jetzt für den Föhnien! Nehme ich hier auf! Jetzt einfach nach Hause! Ich wollte doch gar nicht alles! Na, ich habe den Kreis offen, du Mongo! Entschließen! Warte! Egal, warte! Ich schaff das! Da ist da oben noch was Rotes! Cola! Blut! Da wird den Kreis! Weil, was ich muss den Zug machen! Okay! Jetzt ist es geschlossen! Jetzt habe ich einen schon wieder neu! Egal! Nein! Das ist scheiße! Ich... 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 Ja, ich... Kann ich neu zeichnen! drück mal steuerung wenn das nicht funktioniert drück alt f4 das war die lachen scheiß gott das ist ein gott verdammter vom pj so mini ärmchen wie dein penis geist was hat denn in der hand was ist das scheiße gibt es nicht die farbe ist scheiße ich habe einfach baumstamm geschrieben also ich finde ich verlange keine künstlerischen höchstleistungen von euch aber das ist gar nicht das was der tut ja der rassieren jetzt warte mal also das ist nicht gut wir sind nur scheiße ja wenn wenn man das wort nicht erregt kriegt er punkt das sieht jetzt nicht ganz so gut aus 10 punkte wenn es keine erregung kommt 20 wenn es jemand geht dass man kann erkennen was das sein soll ficken ja gute versuche warte die nein 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 also da steht da noch mensch drauf steuer dann kann man auch so ein der komisch verdient bei euch immer sofort die berginsel tanzen nein nein das und ich meine das teil da also eigentlich das teil das sondern diese seite von dem also das also diese seite von dem tess ich gemalt habe wie nennt man das und deshalb mit diesem teil zu tun also mit also mit dem der mit dem es zu tun okay noch einer noch einer halt ich weiß jetzt warte mal was soll das sein die lampe nein ich glaube es ist ein bisschen klarer verstehst du noch nicht irgendwas mit mehr zu tun ja verstehe nicht was steinhaufen nein ich gehe das ist die ich weiß dass es sein das ist die seite von dem was ich gezeichnet habe die nennt man so ich weiß das okay gut oh patrick ja gute versuche luka ja holen wir mal das kennt man doch nicht warum das war doch ein schönes neuer portmann das spielt das war doch ein schönes boot oder ich hab doch ein was das sollte ein boot sein sollen ich kann doch kein boot ich habe dann irgendwann an titanic gedacht Soll das ein S oder ein Zwei sein? Es ist Fragezeichen. Es ist Zwei. Es ist Zwei. Es ist eine Zwei. Ich bin Zwei. Zwei Fragezeichen. So. Hä, was? Ähm. Ich wollte dich Monster schulden. Oh Gott. Das kann ich beteiligen. Hartz IV. Hartz IV. Wer hat noch nicht? Ich kann nicht beteiligen. Hartz IV. Hartz IV. Ich hab den ganzen Bus voll. Hä, was? Hä, was? Schatz, scheiße. Hä? Hä? Schatz. Ist nicht das Morf. Das kann ich nicht mal lesen. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich weiß das noch nicht. Und du bist uns. Gib uns Tipps, Mann. Gib uns Tipps. Morg. Was ist Morg? B. B. Näh. B. 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 Äh, B. Wer mal Spaß hier? Deine Mora ist B aber was? Wie nerkert. Hä? BILAV NON ALISA Oh Gott BILD 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 Ich weiß es Das hier ECH BILD Was? BILD 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 Was ist das? Was ist das? Das funktioniert bei mir nicht Achso Ja ich hab ihn ja nur gefiltert Du kannst ja mit Erik glaube ich spielen Okay So das sieht aus wie ein Auge Bilder Was ist das? Toast 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 Das ist ein Toastbrot Toast Hä? Träumer Tänig Hä? Hä? Was ist das? Das ist schon richtig behindertes Wird das Wort Hä? Das ist so scheiße Es ist kein Tee Es ist kein Tee Hähähähähä Hähähähähähhh 3D Ficken Hähähähäh Ich mag das drüber scheiße Was mit den Tipps B B wartet mal kurz das ist was ist denn ja mit runter mit euch reden toll los dann spiel mit du spielst jetzt mit mir die will aber nicht mit spielen ich will nicht mitspielen was ist denn das bügel da rein was spielt ihr macht ihr und spiel ein eisgatchen mal alter alter ist mal wie ein alter sie kraft nein nein ff ich bin mit eric das mal später an der haupt ja ich verstehe nichts weiter fucking ja ich verstehe nichts weiter die kundin spanner nur katholische typ also noch mal ja alles geht's kannst bin ich muss ich das dann muss man malen ja es ist montagsmann erkennt er nicht so für mein kopf montagsmann ist einfach ein gesellschaft gesellschaft spiel google nach eisgert schon der rom heißt wir heißen der rom überhaupt ach das ist ja ich doch mein kopf nein nicht mein kopf wie heißt das noch mal ganz genau der kann schon mal die fresse halten das sagt doch gar nix ja wenn man da tippen muss ich trete nicht über jeden scheiß auf wie heißt das spiel genauso sieht man ich habe schon computer wir müssen noch die runden fertig machen wir neuen raum auf mein gott das musik will musik ausmachen du musst einfach auf play klicken jetzt noch mal wie was muss einfach auf play klicken du musst jetzt warten bis die runde vorbei das sind noch drei runden und dann machen wir neue warte mal kommt ich mach mal ganz kurz was was machst du da bitte computer ok ok also jetzt kommt wieder was das ist für mich wieder beim schluss versucht den typen über das bild zu animieren hat nicht funktioniert ich habe computer freunde geschrieben ich habe computer freunde geschrieben ich habe computer freunde geschrieben das ist weder feine gab ich ok das ist jetzt halt dann warte nochmal ach das ist ein fuß eindeutig ein fuß du bist ein fuß halt dann warte ich habe nur noch bis bis 1 ich wollte kurz eine verlängerung raus und dann wird gespielt oder ich bin nebenher battlefield 4 und habe unglaublich viel spaß nein du wirst hier auch gleich viel spaß haben so das ist eigentlich nicht schwer das ist eigentlich echt nicht schwer ich habe gut gezeichnet es war nicht schwer ja fußt 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 ich habe mich vorhin so runtergeschlichen und habe aus dem kühlschrank ein Bier geklaut und dachte so ja mein Vater ist nicht gesehen auf einmal drehe ich mich um und stehe zu hinter mir und ich entesse du blöder kleiner alkoholiker ich mag dein Vater übrigens pass auf was du sagst weil wir nicht mehr auf erhalt das sollte dir eigentlich bewusst sein wenn wir du mal drüber und ein Zeichen okay äh das sieht aus wie ein Schneemann okay okay also Lukas sagt jetzt am schlimmsten von allen k-k-e alt k-k-k-e k-k-e 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 k-eubi mon ach das ist stent halt was stein nein und alt alt standpunkt stein 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 als zeit dein zeit und ein aber das sind vier punktstaben das gibt's also ich weiß es nicht das steinzeit alt ja das geht eigentlich schon so sieg auf eine runde dann kannst du mitmachen ja ich hatte keil aus ausberg ich habe mich verschrieben was habe ich nicht geschrieben ich habe ein bier getrunken das ist mit dir heißt erik der raum ja nein wie kann ich das suchen wie kann ich suchen und hast du nicht die räume da rechts rechts habe ich heute ja da musst du runter ganz runter scoren war das tool erik gibt es nicht mehr also dann gibt es nicht extension ist der einzig ich finde ich kann man irgendwie aktualisieren ja jetzt sagt man einfach alter patrick habe ich doch gesagt er heißt erik die nicht da muss gucken rechts ist die künfte streuen ja was hat die scheißzeit an die fucking passwort alter du wirst ja kein sein geben ich weiß ich weiß wahrscheinlich ist eriks erik al-kita aktuell ich finde ich das aktualisieren leute weiter weiter unten haben sie gesagt ja was habe ich gott wenn wir wie aktualisieren schüttner einfach auf aktualisieren auf den fall übrigens das fordler zu medikum morgen frage wo ist dieser fall ja ganz einfach oben bei aktualisieren aktualisieren einfach die seite was ist das so ganz kurz aufkopf schnappst du das glas da dran patrick na dran immer noch da dran patrick ding dong ich muss ausmachen nein okay dann tschüss dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und verkauft den Kopf nicht okay tschüss okay mach skip und dann fang mal es gibt es gibt okay what the fuck okay also du bist hier oder kampf und die 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 sind wie nimmt man die zeile genau die das kann man denn noch ganz lecker ist im nehmen 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 hier ist jetzt völlig falsch bei dabei aber geht bei hin das ist ein brot sein vielleicht was kann ich noch machen ich fahre noch mal runter dann muss man sie meistens auf putzen dass man noch zu hinknischen teller drunter ist der teller nicht wundervoll und das wort war also weil er hat so kann ich bin der besteste na ja ich bin am besten ob das lose was ist mit obdachlosen jetzt mal ein wenn die patrick mit dem namen in der die nahe die national mal nach nr und er will nach um den namen es mal den namen und das ist ein haus also was ist das obdachlosen zu tun das wort selbst einfach gesagt das ist eine lübe nächstes mal mach ich einfach ein fahrsnitzfeind dann heißt jeder fahrsnitzfeind weil er weiß wovon ich rede und sieghaft weise auch fahrsnitzfeind fahrsnitzfeind welche also sagt einfach sagt nicht das darfst du denn sagt den ich bin ja das ist mir wops das ist ein bisschen sehr braun ach was du musst erzähl mal keine scheiße mann ich hab's geil ich muss kurz weiter wie hieß es jetzt irgendwas mit holz das ist ein quadrat das ist noch ein quadrat das ist einfach ein rechteck du bleibst ein läst okay obi ach so die straße ist auch schön ich hab davor einfach ich hab einfach glas wagen geschrieben ach ey komm was okay jetzt warte mal das war super schön wer war ich verwagen und jetzt ist da was außen rum das schützt die finger ich weiß nicht in der bestimmten jahreszeit so okay es hat schon mal ziemlich gut ich glaube einer hat sogar schon richtig geschrieben ja fast das kriegt ja noch hin so ein job ist fast richtig mein gott nicht fest es soll weiter raten das ist vielleicht ein bisschen krüppeliger sagt man kann es ja man versucht wenn man es richtig versucht erkennen geht sie das wie die ganzen statu erwarte wie kann ich denn am besten entziehen wie mach ich denn das am besten was soll das sein was ist das obere überhaupt indianer jones kannst du eigentlich schreiben kann ich nicht ich kenne den auch nicht mal das ist das erste wort also das hier ist 1 und das ist das 2 das sieht zwar nicht so aus wie es aussehen sollte das sieht eigentlich ganz anders aus aber denkst du schon sehr nah dran der liebe walle nein 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 komm komm okay schade faust das soll die faust sein ja dumm 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 das ist ein wasserwahl hey das ist sexy kraft ist sexy wie will ich denn das bitte zeichnen ok neue runde neue freunde also ich denke das erkennt man ziemlich gut also das ist echt nicht blatt buch ist ok ok und jetzt noch das ist das ist das ist das erste ok gut führerschein der mache ich bald ja und habe ich bald etwas zeichnen ein bisschen echter führer das ist ein trapez ok das müsste man jetzt eigentlich erkennen weißt du teufel denk mal eine sekunde nach das ist einfach ein scheiß wort oder weil er ja aber dann habe ich das so scheiße gemalt und fast habe ich scheiße gemalt keine Ahnung aber aber riechbeschwerer was das denn kannst du auch Briefe auflegen damit die nicht gut durchfliegen das kenne ich nicht mal ich kenne ich 14 ungebildete Opfer keine Ahnung was das denn soll also skipp einfach wenn du das wort nicht weißt dann skipps einfach ja da bin ich dran danke wie hieß das wort manchettenknopf oh oh da kommt dann ein anzug ran bist du behindert da hat man am anzug so in den ärmeln dran das auch am bett man alle liegen im bett gehen das habe ich auch wenn ich meinen anzug für das musik trage das ist voll cool wenn er sich mal einen anzug kaufen würde dann entweder das auch ich habe ein anzug ich weiß ich habe schon alle eine uniform weil ich so ein guter musiker bin ne hier kriegt jeder ich möchte uniform tragen weißt du richtig der krasse typ naja ich hab nur uniform weil ich so gute musik machen kann ach ne die kriegt doch dammit ich weiß es jetzt werde ich nochmal ab teichne weiter wer ist denn dran, sag mal, sag mal, ich auch wer ist denn dran, wer ist das, warte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, was soll das sein, sag mal, Franz, okay, G, R, U, B, B, E, N, 12, es sind noch genau, 12 minus 7 ist 5, C, E, R, N, dann ist doch das, nein, muss das eine Mikrowelle sein, ja, bestimmt, Gruppen, Gruppen, oh, siehst, siehst, mal, okay, alles auf scheiße gemalt, oh, lass mal richtig altmodisch machen, du, 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 du. Jawoll, danke, Patrick. Gruppenbild, Was ist das denn? das wort was ist das denn ich hab mit zwang und guck mich schauen und habe ich gedacht aber was war dein wort es ist für euch das für ein gewicht was soll es sonst sein ach schon mal einfach weiter was soll das gut sein was ist das obere das ist ein solcher und unten ist das ne gib mir den tipp mal zurück das war echt nicht schwer wie soll es das schon lange sein ja ja was ist das wohl ne fadenbrille oder den brillen faden oder was ja ich weiß ich hab's ja ja das ist doris das habe es neue augen doris und hier mensch das ist ein kartoffel dann ist hier was ist da an dem t-shirt was nochmal du darfst das nicht sagen du darfst das nie mehr das sieht so aus wie Mann was ist das hier was mach mal ein pfeil mach mal ein pfeil alter doch die t-shirt obwohl das was Frauen im Schritt haben nee nein nein es ist ja ich weiß was du meinst 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 du dein Kopf ja okay nein äh blau äh waa ja ich hab's schon boah geht's so weiter ja ich hab's schon mal ich hab's ich hab's nicht mehr Zeit ich hab's nicht mehr Zeit leckt mich leckt mich alter ja leckon mio auch schon blanke alter easy ring auch ring ist ring serba da guckt noch was hinten an hä regentropfen regentropfen ich hab wassertropfen geschrieben kapon bezeichnet regentropfen das tut der scheiß das riecht jedes Mal ok das sieht für mich aus wie ein äh ok dann ist das vielleicht ein dann ist es vielleicht auch der waldbekannte krebs oder ist es wie heißt denn das Teil wie soll die jetzt schon rechnen in diesem Teil oder? nein 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 ok das benutzer meintens ist Sportunterricht das hab ich grad geschrieben ich weiß was er ich weiß das wort aber also ich weiß was er meint aber ich kenn das wort ähm ja ich weiß auch was er meint ach so jajaj hat sie kratzt was hat sie kratzt ja wohl aha oh yeah ich bin aha und jetzt ja klar du schon noch wenig mehr wir dürfen in 30 minuten laufen machen so ne scheiße what the fuck nein nein wo wo nein mein wort war einfach bausparvertrag what the fuck ähm ganz einfach was bausparvertrag was sag ich ne bausparvertrag du machst mal ein papier mit bausparvertrag mit dem vertrag aufschreiben ja das ist überhaupt nicht also ok ähm halt wie heißt denn das hä hä das sind Hoden sei was ist das was ist das wut der kann aufgängst schreib es mal schreib es mal hier fick dich das ist das fuck ich war letzter alter fick dich hier wut wirklich aufgängst ich habe es gesagt hast kennt ihr noch aus eurer jugend aus was ich weiß es wenn ich nicht wissen könnt ihr kriegt das ist doch es ist kein bleibes ist kein für das ist kein kurs ist kein stift der stift geblockt hä ich check es nicht geht man gibt meinen ersten buchstaben bitte alle buchstaben nicht in den ersten buchstaben b und stift ich liebe dich ich kann dich jetzt was auch guck mal ich kann dich küssen ich habe dich krass geküsst das machen küssen das sehköft dich im armen und newbie dich wie macht man das du musst auf den namen gehen dann links klick halten und dann was könnte das wohl sein ich weiß ja es ist sehr schwer ja hä warte mal ich weiß nicht was willst du nicht ach so Da haben wir einen kleinen Vorteil, aber wir wohnen da in der Nähe. Ja, da, da. Okay, darauf kommt erdings nicht drauf. Das weißt du ja nicht. Oder wo wohnst du? Wo wohnst du, Lukas? Wo wohnst du? Du wohnst in Berlin. Okay, jetzt warte mal. Ich mach das. Manal. Ach, ich mach mir das. Ei. Ich schlag den Biss ab. Ich weiß es. Das ist nicht so schwer, so das sollte man erkennen. Oh Gott, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich kann es noch ein bisschen mäßiger machen. Ah. Ey, wie schreibt man das, man? Äh? Nein! Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Scheiße. Das ist da drüben, ich beide nur so neben Dings, ne? Das könnte eigentlich nicht zum Wölz, aber dazu. Mal, bitte die Buchstabenanzahl, danke. Lukas, Lukas, du solltest es halt mal richtig schreiben. T. Ein T vor dem S. Hallo. Teufel. Uhren, Söhne. Weiß. Weiß. Ich, man muss ihm noch zum Sieg verhelfen, weil der einfach so eine schlimme Rechtschreibung hat, der Typ. Danke schön. Bist du Legastheniker oder was? Advent, genau. Ja, der schreibt. Aber was sind die Menschen da drüben? Was ist das? Das soll der Weihnachtsmann sein? Ich hab nur... Ich hab nur Adventskranz geschrieben. Das schreibt mit S. Oh. Ja, Advent. Ihr könnt alle nicht Adventkranz schreiben. Hatte sein alle Legastheniker. Ich hab mit D geschrieben. Das ist scheiße. Ja, und ohne T. Ja, warte, wenn du das ist mit T. Hä? Trotz, ey. Weiß nicht. Alter. Oh Gott, verdammt. Scheiße, ist das richtig, was ich schieb hab? Weiß nicht. Äh, Nachrichten dann auch nicht mehr so schlimm. Ich bin gut. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. Teufel! Das ist einfach nur gut, man. Ich bin ein Gott in diesem Spiel. Nachrichtensender. Oh Gott, ey. Nachrichten, Post und so scheiße schreiben. Okay, die letzte Runde, Valet. Was ist das, wenn ich Punkte? Die Fresse. Wie kann man das machen? Hast du die gehalten? Gedrückt lassen? Ob irgendeinem Spieler denn will. Ja, ich hör das auf mich, das zu machen. Ich muss hier... Wolken. Ich fühl mich nach der Runde, lol. Ah, nee, ich kenn. Ja. Was ist der Online Henkel? Oh, geil. Was eine schöne Runde. Ja, von Online. Rechts, ich funsiert nicht. Ach, ja, stimmt. Jetzt passt mal auf, was ich hier mache. Sonst kriegt er das nicht hin. Ich weiß nicht. Hä? Was ist das denn? Männlich! Nein. Hat der Typ vielleicht das da? Ach, ach, ich hab's. Nee, hast du nicht. Drei Worte. Das war so schwer. Oh mein Gott. Ja, damit hab ich gewonnen. Ich bin der Besteste. Ich hab zweimal in Folge gewonnen. Und dann, tschüss, silly.